In jedem Märchen gibt's doch was, das gewisse etwas. Nur was? Habt ihr da ne Ahnung? Also auf jeden Fall ein Pfefferkuchenhaus! Ein Vertrag mit dubiosem Kleingedruckten darf nicht fehlen. Zwillinge, die ihre Rollen tauschen nicht. Stimmt's, Mausi? Jedes Märchen braucht eine Prinzessin, die gerettet werden muss. Ein Märchen gibt's immer, ein König, der jemand heiraten muss. Yoda! Du suchst Yoda! Du musst nur unterschreiben. Ich darf in keinem Märchen fehlen, der im Wald tausende Räuber. Na, wie wär's mit uns beide? Du bist das Polanrucci! Nein, du! 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 Nein, du! 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 Was? Widerrufsrecht? Nie gehört. Sowas gibt's in Märchen nicht. Doch klar! Ach ja! Ende hoch! Der Weg zur guten Seite, dass Quizze etwas ist. Wenn du Hänsel siehst, schick ihn zur Ruhe. Bin ich hier richtig beim Casting für den Froschkönig? Dala! Danke! Ende! ... �던 Arbeit! ... ... ... Vielen Dank.